Liebe, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Wohlstand für uns alle. Viele Menschen sehnen sich danach. Hoppla, gewackelt. Viele Menschen sehnen sich danach, ja. Und die meisten können sich nicht vorstellen, dass das möglich sein soll. Dass wirklich alle Menschen auf der Welt im Wohlstand leben können. Aber tatsächlich ist es so, wir leben bereits alle im Paradies. Man sieht es hier hinter mir, es ist paradiesisch an diesem Ort, wo ich gerade sitze, mitten in der Natur. Und die Natur zeigt es uns, die Fülle ist da, das Paradies ist bereits da. Und die Frage ist nur, erkennen wir das und leben wir das? Weil das Paradies ist kein Ort, es ist ein Zustand, in den wir uns begeben können. Und wenn wir diesen Zustand, diesen paradiesischen Zustand leben, und der bedeutet eben in Liebe zu leben, wahrhaftig zu sein mit uns selbst und auch mit anderen. Und Gerechtigkeit, die dadurch entsteht, dass wir uns selbst und andere einfach sein lassen, wie wir sind. Dass wir nicht versuchen, normal zu sein. Dass wir nicht versuchen, uns ständig irgendwelchen Anforderungen, die andere an uns stellen, anzupassen. Und Wohlstand für alle, auch der ist möglich, wenn wir das, was vorhanden ist, einfach beginnen, anders zu nutzen. Wir müssen noch nicht mal großartig was neu erfinden, sondern wir dürfen nur einfach anfangen, die Dinge, die vorhanden sind, auf andere Art und Weise zu nutzen. Nämlich aus der Liebe heraus, die Dinge zu nutzen, die da sind. Und die göttliche Liebe ist in allem vorhanden, denn die Liebe ist der Urgrund allen Seins. Und wenn wir unseren Fokus darauf haben, auf diesen Dingen, Liebe, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, dann entsteht Wohlstand für uns alle, einfach aus dem Leben dieser kosmischen Gesetzmäßigkeiten heraus. Und wenn du da gerne mehr darüber wissen möchtest, wie wir das tun können, und mehr darüber wissen möchtest, wie du eben auf liebevolle Art und Weise Wohlstand nicht nur in dein Leben, sondern auch in das Leben vieler, vieler anderer Menschen bringen kannst, und zwar weltweit, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen in meinen Telegram-Kanal, denn da veröffentliche ich regelmäßig Informationen über ein solches kleines Wunder, wo jemand auf eine ganz, ganz tolle Idee gekommen ist, wie wir Geld einfach anders nutzen können. Und wenn wir uns da zusammentun und das einfach machen, dann entsteht wirklich ein weltweites Netz an Menschen, die sich gegenseitig beitragen dazu, dass jeder in Wohlstand kommen kann. Wir nutzen Geld, aber wir nutzen es einfach anders, als es uns vorgegeben wurde. Und was auch in meinem Telegram-Kanal, wo du immer wieder Informationen darüber findest, ist die Open Heart Community. Da geht es letztendlich um das gleiche Thema, aber noch darüber hinaus, wie wir uns auch zusätzlich zu dem, dass wir gemeinsam Wohlstand erschaffen, eben auf andere Art und Weise liebevoll beitragen können, in wirklich allen Lebensbereichen. Und auch dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Zieh dir dort die Informationen. Und es gibt Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten, wenn wir aufhören, uns in die Gegebenheiten, wie sie sind, einfach einzufügen und immer das Gleiche zu tun, was schon bisher nicht dazu geführt hat, dass wir ein glückliches, selbstbestimmtes Leben in Fülle und Wohlstand und einfach in Liebe, eben Liebe, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit leben können. Sondern es ist ja so, wie wir das bisher kennengelernt haben, geht es immer um diese Konkurrenz, um dieses Gegeneinander, immer höher, besser, weiter, schneller, toller als der andere sein zu müssen. Und das entspricht doch gar nicht unseren liebenden Herzen. Und das eben anders zu machen und damit eben auch auf völlig andere Art und Weise Wohlstand in unserem Leben erzeugen zu können. Dafür stehe ich, dafür gehe ich. Und Wohlstand bedeutet für mich auch nicht nur finanzielle Freiheit, sondern sehr viel mehr. Dass es uns in allen Belangen unseres Lebens wohl ergeht. Und das können wir sehr, sehr leicht erreichen, wenn wir uns zusammentun. Wenn wir gemeinschaftlich dafür sorgen, dass es uns selbst und anderen gut geht. Und dafür steht mein Telegram-Kanal Neue liebevolle Wege für dich. Den Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und da lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, in den Kanal zu kommen. Und dort gibt es regelmäßig Infos. Da gibt es natürlich auch Inspirationen, was du selbst tun kannst, um dein Leben einfach liebevoller zu gestalten und dir neue Einkommensquellen aufzutun. Und einfach mehr Bewusstsein darüber zu bekommen, wie kann das Leben wirklich funktionieren. Wie kommst du auch aus Ängsten raus, wie kommst du aus Depressionen raus, wie kommst du aus, wie kannst du deine Gedanken sinnvoller nutzen, damit das in deinem Leben in Erscheinung tritt, was du wirklich willst. Und nicht immer das, was du nicht willst. Da gibt es regelmäßig Inspirationen dafür. Und ja, soviel für heute. Und ich melde mich bald wieder. Ich möchte hier wieder ein bisschen mehr Leben reinbringen in den Kanal. Ich melde mich bald wieder. Und alles, alles Liebe. Und denk dran, dein Herz weist dir den Weg. Nicht das Hirnkassel da oben, sondern dein Herz weist dir den Weg. Deine Johanna